Aber lassen Sie uns trotzdem einfach mal so 15 Jahre zurückgucken, noch gar nicht so lange. Wie haben wir Nachrichten empfangen? 20 Uhr, Zeitung muss man aus dem Briefkasten holen, wenn irgendwie Schnee war oder der Zeitungsbote, keine Ahnung, unpestlich war, dann gab es einfach schlechtweg keine Nachrichten und sie waren ohnehin von gestern. Was erleben wir heute? Wir leben alle in einem Strom von Nachrichten, der konstant um uns herumschwimmt und konstant, konstant greifbar ist. Das ist auf den ersten Blick einfach mal super. Früher hat dann jede Nachricht, die wichtig war, in der Tat erreicht. Kennedy-Attentat, Oma tot, hat man auch sehr, sehr, sehr schnell erfahren. Alles andere mussten wir immer mal suchen und es gab Zugänge. Heute, Sie werfen noch früh Ihr Tablet an, haben 15 verschiedene Newsseiten, 15 verschiedene Optionen, alle Sprachen dieser Welt. Erstmal eine wunderbare Entwicklung, ohne jeden Zweifel, auch für Nachrichtenmenschen. Das aber ist, zumindest aus meiner Sicht, gar nicht so der wesentliche Unterschied zu früher. Der wesentliche Unterschied, den man sich meistens nicht vergegenwärtigt, ist, dass die Eintrittsbarrieren für die Nachrichtenproduktion gesunken ist. Und dass damit jeder heute, der will, in welcher Form auch immer, Informationen transportieren kann. Mit welchem Background auch immer, also früher für das Fernsehen haben Sie eine Kamera gebraucht, die war dreimal so groß ungefähr, fünfmal so schwer, kostete 120.000, 150.000 Euro. Sie haben ein Studio gebraucht, heute nehmen Sie ein iPhone und können, wir können das und Sie können das auch, wenn Sie es erklären lassen, können von jedem Ort der Welt aus live senden. Das heißt, die Nachrichten, die um uns herum sind, sind nicht mehr professionell kuratiert und wir können auch, wenn wir uns nicht auf den Wert von Brands, auf ein Thema wie Brand Value, und ich komme gleich zum Thema wie Breitbart auch noch, einfach verlassen. Das heißt, jeder ist über Blogs, über Social Media eigentlich heute Nachrichtenproduzent. Es gibt keinerlei Regulierung mehr, es gibt keinerlei Garantie für Objektivität. Ich habe Zahlen aus dem Reuters Digital News Report aus dem Jahr 2015. 51 Prozent aller nutzen Social Media als Nachrichtenquelle, als bevorzugte und 12 Prozent sagen, es ist ihre Hauptinformationsquelle. Das war 2015 und Herr Dr. Grün, Sie haben das Tempo angesprochen, mit dem wir einfach schlichtig leben. Ich würde mal behaupten, wir liegen heute wahrscheinlich bei 15 oder 18 oder 20 Prozent derer, die die Social Media als Hauptnachrichtenquelle einfach schlichtweg nutzen. Das heißt schlicht und einfach, wir wissen gar nicht mehr, woher diese Nachrichten kommen. Und ich habe vor drei oder vier Monaten einen ähnlichen Vortrag gehalten, ein ähnliches Thema und habe dann letzte Woche mal so in meine Unterlagen einfach schlichtweg geguckt. Es gibt so zwei Begriffe, die jetzt den US-Wahlkampf geprägt haben. Fake News und postfaktisch, die gab es vor vier Monaten noch gar nicht. Das heißt also, wo bewegen wir uns hin und wo sehen wir schlichtweg den Wert danach, wo sehen wir gesellschaftspolitische Auswirkungen dabei. Was darüber hinaus einfach letztlich noch dazukommt, was wir nicht vergessen sollten, professioneller Journalismus kostet einfach Geld, kostet eine ganze Menge Geld. Man muss einen Reporter wo hinfahren, man muss recherchieren, man muss eine Zeitung drucken, also auch so eine Website macht sich nicht so ganz von selbst. Das hat aber in den letzten Jahren die Bereitschaft und das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die uns nicht gefallen kann. Und ich sage das nicht, weil ich ein Wirtschaftsunternehmen vertrete, sondern ich sage es als Staatsbürger, dass die Bereitschaft für professionell erzeugte Inhalte zu bezahlen immer geringer wird. Die Adblockquote im Netz von Menschen, die dann zwar über die Nachrichten, die sie bekommen, meckern, aber die Ads einfach schlichtweg blockieren, liegt bei 20 bis 22 Prozent und macht natürlich die Refinanzierung immer, immer schwerer bei uns als elektronisches Medium. Wir können ein bisschen besser damit umgehen als die Kollegen von den Tageszeitungen, die in irgendeiner Form natürlich letztlich schon auch überleben müssen, aber in ihrer Refinanzierung schwer und schwerst unter Druck kommen. Und ich denke mal, bei aller Begeisterung für Tablets, bei aller Begeisterung für Fernsehen, bei aller Begeisterung für Smartphone-News, denke mal, für längere Zeit sollte zumindest die Tages- oder Wochenzeitung schon einmal Teil unserer gesellschaftspolitischen Diskussion einfach sein. Positive Entwicklung, was ja die Thema Digitalisierung anbelangt, ohne, ohne, ohne jeden Zweifel, eine unglaubliche Beschleunigung der Nachrichtenübermittlung für jeden, der mit Wirtschaft, mit Börse einfach zu tun hat. Jeder weiß, wie wichtig es ist, wie wichtig es ist, Nachrichten sehr, sehr schnell zu bekommen, aber es ist auch unglaublich wichtig, sie präzise zu bekommen. Und genau an diesem Punkt haben wir die große Herausforderung für die nächsten fünf bis acht Jahre. Wie sichern wir den Wert von Nachrichten? Wir sehen, wenn wir gerade an jüngere Menschen denken, also ich habe so eine Zielgruppe zu Hause, die ist 20 und 23, höchst digital, Sohnemann studiert Wirtschaftsinformatik, meine Tochter arbeitet für einen großen, dummerweise anderen Sender im Bereich Digital Marketing, extrem aufgeschlossen. Und ich versuche dann immer so deren Nachrichtennutzung nachzuvollziehen und die sagen mir dann etwas, was mich ein bisschen überrascht. Nämlich, oder ihre Freunde sagen, das ist meine Kinder, die sind vom Papa ein bisschen stärker infiltriert, die sagen ganz klar, wieso soll ich eigentlich diesem NTV mehr trauen als eine Empfehlung meiner Freundin? Erstmal eine berechtigte Frage. Wenn ich mir jetzt so die ein oder andere Freundin und den ein oder anderen Bildungsgrad dann letztlich einfach angucke, denke ich mir, naja, vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn Profis letztlich dahinter stehen. Wir haben im Moment, und wir werden stärker als je, eine Glaubwürdigkeitskrise der Nachrichten durchstehen müssen. Es gibt mittlerweile eine Strömung, die Nachrichten, die nicht ins eigene Mindset passen, als nicht wahr ablehnt. Das gibt es nicht so einen schönen Begriff, postfaktisch gibt es noch gar nicht so lange. Und ich erzähle bei diesen Gelegenheiten immer dasselbe Beispiel. Das Beispiel heißt, vor etwa einem Jahr wurde in Berlin ein 13-jähriges Mädchen angeblich entführt. Großes Kanal, Russlanddeutsche, Lavrov hat sich sogar in Moskau auf einer Pressekonferenz eingemischt. Und dann hat sich herausgestellt, mein Gott, diese 13-Jährige ist mit zwei Kumpels ein bisschen um die Ecken gezogen. Ist in dem Alter vielleicht nicht gut oder nicht gesund, soll aber vorkommen. Und die Kollegen von RTL damals haben so eine Umfrage gestartet. Und da gab es eine Frau um die 40, die sagte den Satz, ich weiß, dass diese Geschichte nicht stimmt, ich glaube sie aber trotzdem. Wie damit umgehen, ist eine der großen Herausforderungen. Eine der großen Herausforderungen ist in der Tat, wie gehen wir mit Brand Value um. Frau Rath, Sie haben dankenswerterweise dieses Beispiel Breitbart News genannt. Also die, kommen wir jetzt einmal hier rüber, ich sehe irgendwie auch nicht alle hier so, sind wir da der Pfosten in der Mitte. Kommen wir einen Moment hier rüber. Also Breitbart News ist schrecklich, wenn man da mal einfach lästig reinguckt. Das ist in der Tat eine Seite, die wir in Deutschland als rechtsradikal empfinden. Es gibt nur einen großen Vorteil. Auf dieser Seite steht Breitbart News drauf. Auf dieser Seite ist ein Foto von Herrn Bannon. Und ich weiß und ich kann diese Nachrichten wenigstens noch einordnen. Ich weiß, woher es kommt, ich weiß, welche Geisteshaltung dahinter steht und ich kann damit umgehen. Breitbart News wird übrigens ein Büro in Berlin eröffnen in relativ absehbarer Zeit. Es ist wenigstens noch, es ist wenigstens noch ein Brand, der einordenbar ist. Und wir werden sicherlich, und das ist eine große gesellschaftspolitische Aufgabe, vor der wir alle stehen, wir werden alles dafür tun müssen, die Berechenbarkeit und die Glaubwürdigkeit von Nachrichten zu erhalten. Wie kann sowas geschehen? Ich glaube, es geschieht vor allem dadurch, dass wir immer und immer wieder bei Nachrichten, die es im Netz gibt, immer wieder überprüft, wo kann letztlich diese Quelle einfach sein. Es sind im US-Wahlkampf reihenweise zu hunderten falsche, auch absurde Nachrichten verbreitet worden und haben wohl auch das Wahlergebnis einfach schlichtweg beeinflusst. Also es gibt immer noch 20 Prozent Amerikaner, die glauben, dass Obama in Kenia geboren ist. Es gibt also Vorwürfe gegen Hillary Clinton, die mit Kindesmissbrauch zu tun haben. Die wurden weitestgehend einfach letztlich auch verbreitet. Und sie wurden auch von den Leuten oder von einem Teil der Leute, die es glauben wollten, einfach letztlich auch geglaubt. Die einzige Chance, die wir in der Tat einfach letztlich haben, ist, in unserem Gewerbe so verlässlich wie möglich zu sein. An der einen oder anderen Stelle, so schnell wir sein können, die Schnelligkeit einfach zu reduzieren und uns ganz massiv auf Fakten zu berufen. Wir haben eine freie Presse, die wichtig ist für diese freie demokratische Grundordnung. Und wir werden aber an der einen oder anderen Stelle, darüber müssen wir uns schon im Klaren sein, die Büchse der Pandora ist geöffnet, wir werden nicht alles zurückholen können, aber ich kann ja jedem empfehlen, der halt dieses Systems wichtig ist, einfach sehr, sehr, sehr genau hinzugucken, woher einfach schlichtweg Nachrichten kommen. Es gibt auf diese Herausforderung keine befriedigende Antwort im Moment. Es gibt nur für Sie alle auch den Weg. Nutzen Sie die Medien, denen Sie vertrauen, hinterfragen Sie die Medien und entscheiden sich dann, was Sie nutzen. Vielen Dank für einen Moment. Untertitelung des ZDF für funk, 2017